Okay, ihr seht es hier eingeblendet. Wir haben heute Sonntag, den 6.2.2022. Ich habe mal wieder den Pfarrer Jakob Czarnkes Predigt gespiegelt. Könnt ihr wieder schauen bei VK, Bitshoot, Odyssee und Rumble, die sich den Trailer bei WEDnews.tv aufrufen. Entsprechenden Link kopieren ab in die Browserzeile. Und dann vielleicht bis gleich. Viel Spaß mit Jakob.